hallo wäschezeit würde ich sagen jawohl und zwar herzlich willkommen hier ist wir sind für euch heute einmal ein etwas anderes video obwohl ich das wenn ich mal so genau darüber nachdenken eigentlich fast bei jedem video sagen aber diesmal geht es vielleicht nicht über nahrungsergänzungsmittel oder über gesunde ernährung sondern auch über ein thema was mit natürlich reinfällt was zu meinem kanal passt zu alternativen im bereich des lebens und zwar dreht sich heute mal um die wäsche alles um die wäsche und zwar ich hatte da nämlich auch mit echt vielen leuten darüber gesprochen dass sie das waschmittel egal ob waschmittel flüssig pulver formen spielt keine rolle dazu natürlich noch weichspüler gut das wissen jetzt die meisten schon dass es dazu unverträglichkeit kommen hautprobleme haben ja irgendwie auch das sind die atemwege eingeht und man irgendwie völlig da gestört und genervt ist so vom vom tag auch weil sich das natürlich dann so bezieht und ich habe da selber auch so ein stück probleme gehabt das war nicht ganz so schlimm und dann habe ich vor ein dreiviertel jahr davon damit mal aus näher auseinandergesetzt und habe ich mir gesagt okay versuche mal eine alternative zu finden so und daraufhin bin ich dann zu diesem ball gekommen ja das ist ein waschball eine waschkugel nennt sich die in der eco waschkugel gibt so vom original hersteller der aber aus meiner sicht später sitzen zwangsläufig eine rolle das muss man natürlich und kann man natürlich auch austesten ich werde euch aber zu den punkten und auch hier zu der geschichte noch da erzähle ich gleich noch was werde ich auch euch unten was reinpacken ein link über amazon wo ihr da auch schauen könnt was ich denn speziell für eine verwende und damit kann ich euch auf jeden fall sagen habe ich jetzt in dem dreiviertel jahr schon sehr sehr gute erfahrungen gemacht okay um was geht es letzten endes oder einmal kurz erklärt diese waschkugel ist frei von chemie und hat keine zusätze ja also was im weichspüler und im waschmittel sind natürlich chemische zusätze drin das phosphat drin und allem möglicher schrott ich kann es euch jetzt ja nicht mehr so genau sagen aber letztlich ist es denke ich mal jedem klar dass da keine frische frischen naturstoffe drin sind jetzt ist aber die frage wie kann denn so eine kleine kugel letzten endes für eine reinigung sorgen und funktioniert das auch wirklich ich habe war da auch sehr erst sehr umstritten habe natürlich mir auch erfahrungsberichte durchgelesen und überall geforscht und dachte okay probieren wir es einfach mal aus um euch aber da jetzt so eine kleine unterstützung mit reinzugeben wollte ich euch das mal einfach erklären was mit einfachen worten was denn hier drin ist und wie das ganze zu einer reinigung kommt und zwar hier drin man hört das so ein bisschen rasseln ich werde auch damit jetzt aufhören das nervt wahrscheinlich ganz schön dort sind keramikkugeln drin und diese keramikkugeln sorgen dafür dass das wasser was sowieso einen reinigen reinigen effekt hat noch unterstützt wird ja also die die reinigungskraft des wassers wird sozusagen damit verstärkt zusätzlichen sinn ist in dieser keramik sind negative ionen drin und diese ionen lösen die schmutzpartikel von der kleinung und dadurch und durch die keramikkugeln wird im prinzip dann das wasser reicht das vollkommen aus um möglichst fast alle sag ich mal dreckigen verschmutzung an der kleidung zu lösen also ich hatte jetzt auch nichts was es nicht geschafft hat ich hatte er mit weiß ab und zu immer mal probleme dass das nicht so schön weiß wurde und mit dieser kugel kann ich nur sagen wunderbar also es ist eher fast noch besser als normales herkömmliches waschmittel muss ich einfach mal ganz klar sagen okay gleichzeitig hat man den effekt dass es antibakteriell ist phosphatfrei und demzufolge natürlich auch für allergiker geeignet ja diese ganzen zusätze sind einfach nicht drin und jetzt könnte man wenn man diese waschkugel hat die ist grundlegend dafür da auf waschmittel zu verzichten ja oder waschpulver je nachdem jetzt könnte man ja aber auch auf den weichspüler den könnte man trotzdem noch trotz diesen naturstoffs könnte man beispiele noch mit einbauen da habe ich mir gesagt okay jetzt kommst du ganz schön im plädoyer was machst du nun du hast noch einen hat einen ganzen bodich weichspüler über kippst die mit rein ich hatte irgendwie ein ungutes gefühl dabei würde euch wahrscheinlich genauso gehen ich weiß es nicht und da habe ich gesagt okay da muss es auch alternativen geben auch da wieder belesen und ich habe auch selber in dem bereich ein stückchen erfahrung durch eine durch eine freundin und habe da ein bisschen so um geforscht und kam dann irgendwann auf den punkt okay in der weichspüler box in eurer waschmaschine man kann ja auch mit ölen natürlichen ölen arbeiten sack und pack geguckt rausgesucht gute firmen kenne ich zum beispiel ich werde euch aber unten auch noch mal eine firma verlinken und auch über ich werde direkt das euch auch verlinken das was ich verwende was mir was ich am besten finde ist auch eine persönliche meinung könnt ihr letzten endes alles mögliche wählen also ihr könnt da von eucalyptus bis orange mandarin lavendel flieder rose könnt alles mögliche reinhauen es gibt unterschiedlichste sorten orchideen tonenweise also könnt ihr frei wie ihr lust und laune habt könnt ihr euch da das öl wählen nur die marke sollte also ich nehme von primär war das ist also primär war das ist eine sehr sehr gute firma die ist nicht die allerbeste aber es ist eine sehr sehr gute öl firma die wirklich hochwertige öl auch herstellt die auch ein bisschen teurer sind aber letzten endes braucht man bei so einem waschgang auch nur zwischen drei bis fünf tropfen so in dem bereich je nachdem wie voll die waschmaschine ist in dem bereich halte ich mich auf und dann riecht das auch richtig gut und frisch solltet ihr jetzt auf keine öle so richtig bock haben und sagen boah ich probiere es erstmal nur mit dem ball aus er mit dem mit der waschkugel dann muss man dazu sagen ich habe das auch nur mal ohne gewaschen gerade am anfang und es schmeckt es riecht einfach nur nachher schmeckt auch sieht schon sehr lecker aus es riecht nach frischer wäsche ja also es riecht einfach nach frischer wäsche und das macht es ehrlich gesagt das ist auch schon vollkommen ausreichend also ist auch ein sehr angenehmer geruch ist jetzt nicht nicht negativ nicht positiv ist einfach so nach frischer wäschung wenn man die zeit nahe ziemlich schnell aus der waschmaschine holt ist das auch vollkommen ausreichend ich verwende grundlegend habe es aber so angetackt dass ich öle verwende ich nehme da an bestimmte rosenart und das super angenehm aber wie gesagt ihr könnt euch da völlig austoben und auch das macht wiederum spaß so ein bisschen zu gucken und zu schauen und ihr bleibt voll im naturbereich ja also da gibt es echt von der hautverträglichkeit besser geht es da einfach nicht ja okay das war es zum video ich kann euch doch mal ganz klein ich kann das noch mal kurz mit einbilden ich habe da samtrose so sieht das nur aus ist jetzt von der qualität der kamera jetzt nicht so doll aber ich werde euch das sowieso dann noch mal verlinken kein problem die waschkugel sieht wie gesagt so aus ich halte auch noch mal so ein stückchen dran ja da sieht man auch die keramikkugeln so ein stück raus gucken verlinke ich euch aber auch und jetzt noch einen kleinen tipp und zwar gibt es hier wäschesäcke verschiedensten arten dann müsst ihr einfach mal gucken die gibt es in der drogerie gibt es letztlich überall kann man auch über das internet bestellen und die sind im eigentlichen dafür da um zum beispiel kleidung zu trennen oder wo man jetzt viel mit reißverschlüssen oder sowas hat ja um bestimmt um die waschmaschine einfach zu schonen und zu beschädigen aber zur trennung ebenfalls auch und ich nehme aber dieses und packe grundlegend immer den die waschkugel dort rein ja heute ist dann so ein stückchen um und es hat folgenden effekt wenn ich jetzt so auf die waschmaschine aufrabe rauf hau oder wenn die schlägt gibt das ein ganz schön lauten geruch knall gibt es das junge 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 und das kann doch schon ziemlich störend sein im waschmaschinen durchgang und deswegen wirklich hier so ein stückchen ein das puffert sozusagen dadurch und gleichzeitig könnt ihr noch darauf achten dass ihr die wäsche dass ihr die kugel so zwischen die wäsche drunter schiebt nicht außen so ein stück dran so wie man das pulver reingemacht hat oder 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 sondern die so ein stückchen wirklich dazwischen schieben und dann habt ihr diesen knall und auch die belastung der waschmaschine nicht ja weil das doch schon hartplaste ist und also recht recht laut und die ein oder anderen hatten da probleme und da habe ich einfach ein bisschen mit der logik so gespielt und habe dann diese alternativen dazu entdeckt ja das heißt so seid ihr komplett abgesichert und da dürfte es wie gesagt keine probleme geben das ganze hält ungefähr dass ihr auch mal so ein preisvergleich habt also es kostet so zwischen 40 so zwischen 30 bis 40 euro so in der richtung lag das und das hält ungefähr circa kommt auf dem waschgang natürlich darauf an wie groß die familie ist und und es hält aber ungefähr so drei jahre je nachdem wenn man jetzt die spannen nimmt wenn ihr jetzt eine großfamilie seite halt im bereich von einem jahr und drei jahren so in dem bereich und danach solltet ihr die austauschen okay das war's dazu dann könnt ihr gleichzeitig auch mal so ein stückchen rechnen da war irgendwie eine ersparnis stand auch irgendwie dran so zwischen zwei bis 300 euro glaube ich auch in dem bereich aber letztlich selbst wenn man plus minus 0 raus geht es gibt eine ersparnis das kann ich jetzt in dem dreiviertel jahr schon feststellen definitiv also man ist eine win-win situation aber natürlich der hauptaugenmerk sollte dafür sein dass wir natur letztendlich dass wir über natur unsere wäsche sozusagen reinigen ok das war's dazu ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat ruhig mal ein paar daumen hoch abonniert mich gerne ich würde mich freuen und ansonsten sehen wir uns am sonntag wieder wie gehabt ich wünsche euch was bis dahin euer sit